Am Montag, dem 9. März, fand der von Seiten des Instituts für Musikpädagogik Graz einmal jährlich organisierte Liederbrunnen statt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Institutsvorstand Gerhard Wanker präsentierten Susanne Höß und Markus Sölkner neue und altbewährte, vor allem aber bei Schülerinnen und Schülern beliebte Songs aus ihrem Repertoire. Neben dem zur Verfügung gestellten Notenmaterial boten die Referenten eine breite Palette an Tipps und Tricks für die kreative Umsetzung der jeweiligen Lieder im Unterricht. Wie jedes Jahr wurde das Angebot von vielen Lehrern und Lehrerinnen sowie Studenten und Studentinnen eine gleichermaßen genutzt wie genossen. Wir sind gespannt und freuen uns schon jetzt auf den nächsten Liederbrunnen im kommenden Jahr.